2K DRIVE da wo der Pfeil zeigt da warst du ja ok Leute was kriegen wir für den ersten Platz ok Geld ich will das Auto ich will aber das Auto was kriegen wir bei C wir können ja beide Klassen fahren kriegen wir bei C das Auto ja wir kriegen bei C das Auto schaffen wir das Rennen C wäre die einfachste Stufe wir können nur C und B auswählen bei C würden wir halt das Auto kriegen bei B nicht aber Harry Hengst müssen wir auf jeden Fall besiegen ja müssen wir bei beiden besiegen nur bei einem kriegen wir das Auto beim anderen nicht wenn wir müssen irgendwann mal eh noch den besiegen also Leute ich würde sagen wir wollen ja eher das Auto und deswegen machen wir auch auf auf C weil das Auto wir wollen ja alle Autos für die Story freischalten oha 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 das ist ja schnell das ist Harry den sollen wir besiegen ja ich werde schneller schneller und bin auch schneller oha hat er gesagt da hinten ist der Sky Pokal gewesen müssen müssen wir den auch noch fahren ja das ist das finale Rennen oha Harry du hast keine Chance gegen uns wir sind am besten oha das ist ein Rundenrennen ja und ich habe übrigens Leute wenn ich mitgekriegt habe diesen schönen Wagen von Dr. Fastrow aus gerüstet aber leider sind alle schneller als ich aber zum Glück kenne ich eine Abkürzung und der FOMA kennt die nicht die habe ich jetzt nicht genommen aber in der zweiten Runde versuche ich die Abkürzung zu nehmen boah ich bin schon abgeschossen worden zweig du schießt mich hier ab ja ich dachte wir sind ein Team seit wann in dem Spiel dachte ich sind wir kein Team Leute und achtet hier drauf jetzt hier hier auf die Seite rüber fahren und das ist dann eine riesige Abkürzung man muss nur aufpassen dass man nicht in das man muss nur aufpassen dass man nicht ins Unkraut fährt weil das Unkraut ist da sehr lästig darüber muss man nur aufpassen aber viel hat die Abkürzung wieder nicht gebracht ja weil ich ins Unkraut gefahren bin das sollen aber die Zuschauer nicht machen wenn sie das Spiel haben sollen die nicht ins Unkraut fahren FOMA bist du überhaupt nah genug am Mikro? Ich hoffe mal schon ja ich bin schon dran da ich muss aber erstmal wieder ins Rennen kommen weil ich das schon lange nicht mehr mitgespielt habe ah ich hab schon wieder die Abkürzung verpeilt aber wir haben noch zwei Runden Leute da können wir noch schön gewinnen und oh das war so knapp achso hier gibt es ja auch noch den Boost den hab ich ja ganz vergessen ja deswegen fahr ich ja hinten ganz alleine durch die Gegend hehehehe und guckt Leute hier am besten drüber springen aus Unkraut und schon sind wir näher an den beiden dran du weißt aber schon dass du gewinnen musst ja ich weiß ich bin ja auch so gut wie dabei oh was war das? ein Turbo einer von uns muss gewinnen ja das werde nicht ich sein wieso wieso kannst du das für den Zuschauern erklären warum? äh ich bin erster weil ich irgendwie nicht auf der Straße bleiben kann hier gibt es keine Straße na doch wir fahren doch hier auf der Straße oder auf dem Weg das ist ein Weg das ist der Weg nein ich darf nicht letzter sein ja erster Leute drück doch B Format drück B drück doch schon B fünfter Platz ist doch gut äh nein wir müssen erster sein aber wir haben es geschafft geil ja es reicht doch wenn du erster bist ja Leute aber schreibt es nächstes mal in die Kommentare ob wir dasselbe noch auf Stufe B machen sollen oder nicht weil das Rennen kann man noch auf Stufe B machen Leute was haben wir jetzt gewonnen? ähm das Auto von Harry Hengst eine Zielflagge und so ok ja auf jeden Fall wir hören uns dann nochmal an bei der Klatsch der sagt immer was dazu Klatsch gut Klatsch Racing die fahre in der Party der Typ hüpft auf mein Auto rum wo steht mein Auto ha der ist der wird mir sympathisch wieso willst du eine Festung mit den Zielflaggen bauen? ok ok mhm achso das habe ich schon mal gemacht hier was machen wir mal aber wenn ihr Rennen zu beginnt und die Pension so abschließt desto mehr Extras bekommst du rüste jetzt ein Extra aus wechsel dein Klasse C Extra das sind die Extra für dein Klasse C's noch hieb Beschreibungen und wähle ein extra das wir gefällt ok äh was nehmen wir denn als nächstes Rennen denn überhaupt? äh wir müssen doch gegen die äh äh Schmugglerin Sally fahren na ok das machen wir dann beim nächsten Rennen bei unserem nächsten Video ja ja beim nächsten Rennen Video und ok ok Leute und damit tschau 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 Bis zum nächsten Mal.